So, willkommen zurück, Leute. Es sieht ein bisschen anders aus, als vorher. Und ich ruf mich jetzt deswegen bei euch entschuldigen. Es war mehr oder weniger ein Fehler von mir. Da steht auch ein Lager aus schon. Ich hab den Fehler gemacht. Ich hab die auch noch nicht gestattet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, finde ich auch. Ja, ich zeig euch mal die Neuheiten. Also hier ist das Feld fertig. Hier ist ein Vordach. Der Brunnen wurde fertiggestellt von mir. Mein Haus hat ein Blümchen und Fackeln. Und so ein Slap. Das wurde erreicht. Und ich hab ein bisschen Werkzeug zu. Aber das ist eigentlich nix. Und ich hab ein Kürbis, Kürbis und zwei Kisten. Und die Zuckerlaupt von Taschen einläuft. Und der ist noch nix drin. Tut mir echt leid, Leute. Aber jetzt machen wir einfach weiter an dieser Welt. Jetzt machen wir einfach weiter so da, wo es war. Ich hätte jetzt natürlich schön hier noch zwei Folgen rausklopfen können aus der, wenn es gelaufen wäre. Das war leider ein kleiner Fehler. Der mir hoffentlich nicht mehr passiert. Schau mal einfach. Okay, also das mit dem Feld fällt mir schon ganz gut. Was mir noch nicht gefällt, ist mein Dach. Okay, also das mit dem Feldulu vielfach. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020